Ihr seid auf der Suche nach dem richtigen Girokonto? Dann seid ihr hier genau richtig. Es gibt über 1500 registrierte Banken in Deutschland und dementsprechend hoch ist auch das Angebot von Girokonten. Das Vergleichen der Anbieter ist also extrem wichtig, deshalb schauen wir uns heute an, worauf ihr achten müsst, um das beste Girokonto zu finden. Hey Leute, Luis hier und auf das Girokonto bekommen wir nicht nur unser Gehalt überwiesen, nein wir bezahlen damit auch unsere Rechnungen oder heben Bargeld ab. Doch wer jetzt denkt, Girokonto ist gleich Girokonto, ist doch eh alles das gleiche, der irrt sich. Denn durch die Vielzahl an Anbietern gibt es große Unterschiede bei den Kosten und auch beim Service, auf die wir gleich eingehen werden. Aber gleich vorneweg, für diejenigen die ihr Girokonto wechseln wollen, ich kann euch schon mal beruhigen, denn der Wechsel von einem Girokonto zum anderen ist super easy und dauert in der Regel nicht länger als 20 Minuten. Und dabei übernimmt auch noch die neue Bank fast die gesamte Arbeit. Also das Wechseln ist nicht das Problem, sondern das richtige Girokontomodell für eure Bedürfnisse zu finden. Und da jeder von uns andere Bedürfnisse hat, kann man auch nicht pauschal sagen, welches Girokonto das beste ist. Am Anfang ist es erstmal wichtig, dass ihr euren Kontotypen herausfindet. Denn grundsätzlich lassen sich die Geldhäuser in Deutschland in zwei Gruppen aufteilen. Und zwar in Filialbanken und Direkt- bzw. Online-Banken. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass Filialbanken, wie der Name ja bereits sagt, Filialen betreibt. Ihr könnt also direkt zur Geschäftsstelle gehen und euch dort persönlich beraten lassen, direkt am Schalter Geld ein- und auszahlen lassen, eure Kontoauszüge drucken lassen oder Überweisungen tätigen. Banken mit so einem Filialnetz sind traditionelle Banken wie zum Beispiel die Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken oder die PSD-Banken. Aber auch große Privatbanken wie die Deutsche Bank, Commerzbank oder die Postbank haben Geschäftsstellen, in denen ihr die Dienstleistungen direkt vor Ort nutzen könnt. Anders ist das bei den Direktbanken. Denn hier gibt es keine klassischen Filialen, die ihr besuchen könnt. Wenn ihr dort die Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollt, wie zum Beispiel Geldüberweisen oder eure Kontoauszüge anschauen, dann macht ihr das direkt über die Webseite oder über die jeweilige App. Und der Kundenservice wird entweder über einen Videocall, telefonisch oder per Chat abgewickelt. Zu den klassischen Online-Banken zählen etwa die ING, die DKB oder die Comdirect. Es gibt aber auch Genossenschaftsbanken, die als reine Direktbanken auftreten und ihre Produkte bundesweit anbieten, wie zum Beispiel die Raiffeisenbank im Hochtaunus. Wenn ihr euch also für ein neues Girokonto bzw. für den Girokontowechsel entscheidet, gibt es folgende wichtige Punkte zu beachten. Zum einen die Kosten und zum anderen der Service, der euch angeboten wird. Generell kann man sagen, dass Filialbanken in der Regel etwas teurer sind als Direktbanken. Das liegt daran, dass die Filialbanken eben die Geschäftsstellen mit entsprechendem Personal betreiben müssen. Das kostet natürlich Geld und diese Kosten geben die Geldhäuser dann in der Regel in Form von höheren Kontogebühren an die Kunden weiter. Da die Direktbanken da einen deutlich geringeren Kostenapparat betreiben, fallen dort weniger Kosten für die Bank an und das spiegelt sich in den deutlich niedrigeren Girokontenpreisen wider. Aber egal ob Filial oder Online-Konto, im ersten Schritt solltet ihr euch die Kontoführungsgebühren anschauen. Das sind die monatlichen Gebühren, die ihr zahlen müsst, damit ihr das Konto überhaupt nutzen könnt. Bei vielen Banken, wie speziell bei Direktbanken, entfällt diese Gebühr in der Regel, wenn ihr einen monatlichen Geldeingang von einigen 100 Euro habt. Wie zum Beispiel bei Deutschlands größter Direktbank, der ING. Wenn ihr dort pro Monat einen Geldeingang von 700 Euro habt, zahlt ihr keine Kontoführungsgebühren, ansonsten werden aber 4,90 Euro im Monat fällig. Dabei ist aber wichtig zu beachten, nur weil es keine Kontoführungsgebühren gibt, heißt es nicht, dass es sich auch um ein kostenloses Girokonto handelt. Die Verbraucherschützer haben vor sehr vielen Jahren schon 4 Bedingungen genannt, die alle erfüllt sein müssen, damit eine Bank mit einem kostenlosen Konto werben kann. Diese sind keine monatliche Grundgebühr, kein bestimmter Geldeingang in Euro, damit die monatliche Grundgebühr entfällt, also wie bei der ING. Keine Kosten für die Girocard und auch keine Kosten für Überweisungen. Eine Bank, die beispielsweise ein komplett kostenloses Girokonto bereitstellt, ist wieder die Reifeisenbank im Hochtaunus. Der zweite wichtige Kostenpunkt, den ihr im Blick haben solltet, sind die Karten. Damit ihr euer Girokonto auch nutzen könnt, benötigt ihr eine entsprechende Girocard bzw. eine Debitcard, die von Visa oder Mastercard herausgegeben wird. Da müsst ihr aber aufpassen, denn das sind keine richtigen Kreditkarten, auch wenn einer der zwei Kreditkarteninstitute auf der Karte draufsteht. Wir haben bereits ein Video gemacht, in dem wir euch die Unterschiede der einzelnen Karten vorstellen und euch auch aufzeigen, welche Vor- und Nachteile sie bei Nutzung im In- und Ausland haben. Es gibt einige Girokonto-Modelle, bei denen ihr eine kostenlose Kreditkarte mitbekommt. Wenn ihr also viel im Ausland unterwegs seid, könnte das für euch nützlich sein. Als dritten Kostenpunkt solltet ihr auf die Abhebegebühren schauen. Direktbanken bieten meistens eine sehr gute, kostenlose Bargeldversorgung im In- und Ausland an. Das liegt daran, dass die Online-Banken die Abhebungsgebühr, die Fremdbanken verlangen, für euch erstatten. Auch bei den Sparkassen und VR-Banken genießt ihr in der Regel eine gute Bargeldversorgung im Inland. So könnt ihr meist als Sparkassen- bzw. VR-Bankenkunden bei allen Automaten im jeweiligen Verbund kostenlos Bargeld abheben. Aber Vorsicht, es gibt auch Ausnahmen. Denn manche Geldhäuser verlangen auch Gebühren, wenn die Sparkassen- oder VR-Bankenkunden das Geld nicht an den Automaten der Hausbank abheben, sondern an fremden Sparkassen- bzw. VR-Bankengeräten ihr Geld abheben. Also ein genauer Blick in das Preis-Leistungs-Verzeichnis ist ein absoluter Muss. Für Abhebungen im Ausland gelten meistens andere Konditionen, das solltet ihr also zusätzlich noch prüfen. Und als letzter Punkt könnt ihr noch überprüfen, wie hoch der Dispo-Zins bei der jeweiligen Bank ist. Klar, eigentlich sollte man nicht über seine Verhältnisse leben, doch rutscht man mal mit seinem Konto ins Minus, ist es doch schön, nicht unnötig hohe Zinsen zu zahlen. Weitere Zusätze, die euch bei der Suche nach dem richtigen Girokonto helfen können, sind beispielsweise, könnt ihr euer Girokonto mit Apple und Google Pay verbinden, habt ihr die Möglichkeit kostenlose Unterkonten zu erstellen, bietet die Bank neben einem Girokonto auch noch ein Depot an oder gibt es vielleicht sogar einen kleinen Guthabenzins aufs neue Konto. So, mit diesen Kriterien könnt ihr euch auf die Suche nach dem besten Girokonto machen. Unser kostenloser Girokonto-Vergleich hilft euch dabei, die Konditionen der Banken zu vergleichen. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Suche und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns diese gerne unten in den Kommentaren stellen oder uns eine Mail schreiben an info-at-bialo.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich im nächsten Video.